hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von the mountain na hektor und achel geht es euch gut ich hoffe doch sind da ist da wolle nachgewachsen ja ich glaube ja ja verdammt so weiß 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 da müssen wir jetzt gleich doch ein ich glaube so weit reicht der magnet die magnetfunktion nicht oder 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 doch hat gerecht ok euch sperre ich noch ein aber hier kommt in der neue katar wenn man das dahinten machen ist dahin dürfte noch frei rumlaufen haha ich hab's gesehen schon wieder dich gehauen du bist eine arme sau nein du bist keine sau ich weiß bist ein schaf warum haue ich das immer irgendwann fällt es tot um müsste ich mal darauf achten ob schon schaden wirklich schaden hat theoretisch müsste ja immer ein halbes herz schaden geben so testen geht nicht warum nicht das ist doof das ist sehr doof ehrlich warum hat das denn obwohl die reihe gar nicht voll war mit dem anderen funktioniert naja dann ist halt der tank hier so ein bisschen im boden eingelassen da geht das ist echt schade dass das nicht geht und das war nicht viel egal hat mir hier noch was zu tun ja dachten wir wollten aufs dach so und hier zack 24 hoffentlich recht hat jetzt wir haben hier eine echt heikle dach konstruktion das hier man das geht noch so weiter geht ach doch nicht so heikel ist es gar nicht und wir hier jetzt haben wir sogar genug es ist auch wahnsinn okay da können keine fackeln drauf da kann also nichts drauf spawnen hier auch nicht sehr schön hier auch nicht also von dem dach fällt uns nichts auf die glatte das finde ich gut unsere schmiede hatten dach kann man hier noch den aufstieg weg machen das bereinigen haben wir hier er haben wir auch wahnsinn unglaublich unglaublich und sogar noch zwei stück für die ecken hier übrig dann ist das einzige wo was born kann hier da könnte man sich eventuell ja hier allerdings auch könnte man sich kann man dann nicht na gut das risiko haben wir halt und wir müssen nicht mehr hoch wir können nach ich weiß nicht wie vielen folgen wie diese dort bretter weg machen und ich habe einen ändern wo habe ich mir den eingebildet auch er ist jetzt hinter der schmiede handy handy kommen kommen handy wo bist du guck mal ich guck dich an seit wann ist das geändert normalerweise bewegen die sich die doch nicht mehr wenn man sie anguckt ist jetzt in der schmiede der drecksack ich meine die ender perle ist ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich fast gewachsen also so lange müssen wir ja gar nicht mehr warten aber es wäre schon cool ja also wenn wir jetzt rüber gehen um das zu kraften was wir brauchen wobei hier ist eine kiste und da ist das forstet dann ist die ender perle fertig gewachsen hinten könnte ich wetten könnte ich wetten hier ist das forstet naja ist egal ach so den sollten wir vielleicht in der tasche behalten so wir die brauchten wir noch ne rezept ist zwei ender perlen müssen wir eh rüber zwei ender perlen ein emerald und zwei transfer notes warum haben wir den rest dazu hin nicht oder anders hier eingelegt warum ist hier zuckerrohr warum 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 das wollte ich gar nicht alter so dich wollte ich nämlich dich dabei tun können obwohl ihr auch genauso falsch bist aber okay die tür lassen wir mal auf der ambos ich habe jetzt gerade für moment gedacht was ist das da irgendwie sah der im augenwinkel falsch aus hallo scharf was ist das ist ein chameleonschaf das war doch eben noch weiß was hier war oder rennen die beide hier rum und wir sehen immer nur eins von beiden das kann natürlich auch sein na du hast es ja hinten rausgefunden nach hier vorne schon nicht schlecht so ich weiß jetzt schon mehr ein emerald brauchten war ein emerald zwei ender perlen und die mit zwiebeln not das war ja dann okay ok wetten das ist jetzt falsch die ja da war klar ich kann das nach wie vor bin ich der absoluter ging drin nicht mal daran dich mal daran kann man noch kohle sie tun wir jetzt mal ich habe ja gesagt die wollen wir jetzt mal aufbeheben für die felder die ja noch kommen ich habe jetzt den anderen tank nicht mitgenommen naja ok wollen wir jetzt erst mal an diesen hof voran wo meinte ich jetzt aktuell dadurch schon so lange her ist gar nicht mit den genauen gedanken im kopf habe wie ich das jetzt basteln wollte das war nämlich im kopf komplett ausgedacht naja vielleicht kommt ja gleich wieder die haben wir jetzt auch übrig so können wir auch nehmen nebenan dann schießt hat noch eine petanches gemacht okay so den 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 ja den werden wir auch brauchen aber ach filter jetzt weiß ich wieder filter jetzt kommt nämlich eine retrieval note da dran so den brauchen wir den ofen den hätten wir ja hätte ich da hinten lassen können den ofen der ofen muss jetzt da hin das muss dahin da verbindet sich schon automatisch was dann damit das jetzt da müssen noch filter rein da müssen filter rein und die filter sind es gibt zwei filter right click to change filter programm kraft was a redstone torch to invert ich glaube wir brauchen den hier vier redstone sticks und stringen redstone haben wir zufällig hier verdammt 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 das finde ich jetzt aber ärgerlich so zack 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 brauchen wir sowieso zweimal 1 2 3 4 fällt mir da mal gerade so ein und zwei strings die war noch hinten man ärgerlich ärgerlich und nur eine einzige pipe weil sich das auch so verbunden hat das finde ich jetzt interessant aber ich habe nicht gesehen nein ich wollte gerade sagen ich verspreche dir diesmal richtig nicht so jetzt ist das schwarze wahrscheinlich wieder weg das ist schon lustig auch guck mal her gibt es mir direkt zwei strings das wäre cool 2 glück braucht der mensch in die in die und der was haben wir für ein glück im moment aber jetzt haben wir gar nicht geguckt ob sie hinten ausgewachsen ist das könnte ich nämlich echt wetten jetzt wo wir die perle nicht mehr zwingend brauchen würde mich nicht wundern wenn sie jetzt nicht ausgewachsen wäre ja laufen aber darum wir können jetzt sowieso nicht bennen so den filter da setzen wir den block rein und dann kommt der filter da rein und in den anderen filter setzen wir die scharkohl rein hoch und der kommt da rein jetzt können wir das muss da eine pipe noch hin und setzen wir den dahin da den hopper zwischen einen zweiten hopper hatte ich für da oben gedacht so und dann nur noch drei scharkohls drin ist ja lustig so ich habe nur da reingesetzt da der füllt sich mit scharkohl und wo konnten wir das jetzt hier gucken auch hier vorne und der füllt sich mit block auf kohl das hier ist ja so dann werden wir da noch eine kiste hin tun ich gebe das kein ärger mit der mit der lava daneben an das könnte nämlich das könnte im wirklichen problem sein hier soll auf jeden fall noch eine kiste hin die müsste sich öffnen lassen weil das ja ein slap ist dann können wir da oben das holz rein tun das läuft automatisch hier rein wird gebraten fällt durch bis hierhin irgendwann ist der ganze krempel sogar voll dann fällt es nicht mehr nach und alles wird gut und ich glaube dann nehmen wir so eine große chest für schlag mich tot die lager chest den ganzen ganzen raum ausfüllt wie heißen die die da slightly lager und sticks und chest machen wir jetzt auch noch haben wir zwar schon leichte überlänge aber ist ja egal solange mit hell wird warum habe ich jetzt ich idiot so sagt jawohl klappt weil auch mal das auch direkt rein fällt hier durch fällt hier rein wird gebraten landet alles hier unten alles wird gut sehr schön haben wir doch endlich wie lange haben wir daran jetzt hatiert na gut so tue zu und ich hoffe ich kann nicht schlafen gute nacht und bis morgen und und also